Ich hab jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mach ich mir da keinen Stress mehr. Sind sie zu Besuch? Ja. Spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist eine richtig gute Käsereibe. Sag mal, wie lange willst du eigentlich bleiben? Ich bin Tony. Tony Erdmann. Ich bin Consultant und Coach. Wow. Also ich hab zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? Ich bin Ambassador Erdmann. Und das ist mein Secretary, Miss Schnuck. Hallo. Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir! Wenn es um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige. Hast du in deinem Leben noch irgendwas vor, außer anderen Leuten ein Furzkissen runterzuschieben? Ich hab gar kein Furzkissen. Ich muss dich verraten. So, und jetzt mach's bitte auf. So, und jetzt mach's bitte auf. So, und jetzt mach's bitte auf. So? So. So, Also. So, Give me vor.